Mit Bitfarm Archiv Version 3.6 haben einige Neuerungen Einzug in die Benutzeroberfläche gehalten. Mit diesem Video möchte ich Sie, als erfahrenen Anwender der Vorgängerversion, auf die wichtigsten Dinge aufmerksam machen und Ihnen Tipps geben, wie Sie die neuen Funktionen zu Ihrem Vorteil nutzen können. Auf den ersten Blick fallen die neuen Bereiche auf, welche sich unterhalb des Archivbaumes befinden. Mit einem Doppelklick öffnet sich der entsprechende Bereich. Schauen wir uns zunächst einmal den Importer an. Dieses Paneel ersetzt die zuvor externen Programme Importer und Manuscan. Wie der Name vermuten lässt, werden hier die Dokumente gesammelt und bearbeitet, welche in das elektronische Archiv eingestellt werden sollen. es gibt nach wie vor die Möglichkeit der Dokumentenerfassung vom Scanner. E-Mails, welche aus Outlook archiviert werden, befinden sich zur weiteren Bearbeitung ebenfalls hier. Dateien werden wie gewohnt per Senden an Bitfarm eingestellt oder einfach per Drag & Drop abgelegt. Ähnlich funktioniert der Druck von Dokumenten über den Archivdrucker. Gescannte Dokumente im TIF-Format können komfortabel bearbeitet werden, indem einzelne Seiten entnommen, hinzugefügt und platziert werden. Dies geschieht mit gedrückter linker Maustaste und Ziehen der Seite an die jeweilige Position. Für eine bessere Übersicht kann mit gedrückter Steuerungstaste und Drehen des Mausrades die Ansicht vergrößert werden. Durch einen Doppelklick in der Miniaturansicht wird die Dokumentenseite groß dargestellt. Auch in diesem Modus ist das Entnehmen einer Seite durch Ziehen möglich. Bitfarm Archiv wechselt sofort zur Importersammlung. Das Ablegen einer Seite geschieht durch das Loslassen der Maustaste in einem freien Bereich. Wird eine Seite einem anderen Dokument hinzugefügt, ist dies durch einen grünen Rahmen erkennbar. Sie können allerdings nur TIF-Dateien auf diese Weise bearbeiten. Diese Funktionen sind übrigens teilweise auch gleichzeitig auf mehrere Seiten oder mehrere Dokumente anwendbar. Benutzen Sie die Steuerungs- bzw. Shift-Taste um mehrere Elemente zu markieren. Halten Sie auch einmal die Steuerungstaste gedrückt und führen Sie dann einen Doppelklick aus. In diesem Modus erhalten Sie links eine große Seitenansicht, welche das Sortieren eines Seitenstapels auf ähnliche Weise ermöglicht wie der Scanpool der Version 3.5. Mit Escape gelangen Sie wieder zur normalen Ansicht. Das manuelle Verschlagworten der Zusatzfelder ist weitgehend gleich geblieben. Allerdings lassen sich Listenfelder nun auch nach Bestandteil filtern. Beginnen Sie einfach mit ein paar Zeichen und die Auswahl reduziert sich automatisch. Um einen Dokumententitel zu vergeben, können Sie nun auch den Doppelklick benutzen. Das Legen auf Wiedervorlage befindet sich auf dem Reiter Standard. Hier sind auch die Favoriten zu finden. Dateidokumente lassen sich übrigens mit einem Doppelklick aus dem Importe heraus in dem entsprechenden Programm öffnen und ändern. Einmal im Importe befindliche Dokumente verbleiben auch nach Verlassen des Programms dort. Sie warten weiter darauf, entweder mit dem abschließenden Klick auf Archivieren in die Bitfarm Archivdatenbank eingestellt, oder wahlweise auch mit der Taste Entfernen wieder aus dem Importer gelöscht zu werden. Die Wiedervorlage bzw. Aufgabenliste befindet sich ebenfalls als Panel unterhalb des Archivbaumes. Die Liste der Aufgaben ist nun durch Spalten, welche der Administrator vorgibt, besser sortierbar. Ordnen Sie einfach die Spalten entsprechend an, welche für Ihre Aufgaben interessant sind. Sie können nun auch die Suchfunktionen benutzen, um Ihre Wiedervorlage zu durchsuchen. Der Arbeitsplatz ist eine Fläche zum Sammeln von Dokumenten. Hier legen Sie häufig verwendete Dokumente für einen schnellen und visuellen Zugriff ab. Außerdem können Sie Dokumente wie im Importer bearbeiten. Aber Achtung! Änderungen an Dokumenten erzeugen eine Kopie auf dem Arbeitsplatz. Das Originaldokument im Archiv bleibt davon unberührt. Die Änderungen können zum Beispiel der Druckvorbereitung dienen oder dem Sammeln zum E-Mail-Versand. Es ist aber auch möglich, entsprechend bearbeitete Dokumente zum erneuten Archivieren an den Importer zu senden. Im Lesezeichenpanel finden Sie Ihre gespeicherten Suchen als lokale Lesezeichen, Ihren Suchverlauf und die globalen Lesezeichen, welche der Administrator zum Beispiel zur Organisation von Aufgaben des Tagesgeschäftes angelegt hat. Sie finden Lesezeichen übrigens auch im Bereich Lager und Archive einfach per rechter Maustaste. Lesezeichen können Sie mit Version 3.6 auch auf einzelnen Dokumenten erzeugen. Dies und vieles andere findet sich im Panel Lager und Archive, was dem Kern des alten Viewers entspricht. Neben den bekannten Funktionen zum Suchen und Arbeiten mit Dokumenten gibt es auch hier neue Möglichkeiten, um das Arbeiten mit dem DMS zu verbessern. Eine wesentliche Änderung ergibt sich beim Arbeiten mit Dokumenten und Metadaten. Möchten Sie Notizen aufbringen oder Zusatzfelder füllen, so müssen Sie das Dokument in den Modus Bearbeiten nehmen. Statt des Knopfes können Sie die Taste F2 verwenden. Diese verlässt auch den Modus und speichert Ihre Änderungen. Mit ESC verlassen Sie den Modus, ohne zu speichern. Wenn nacheinander bei einer Reihe von Dokumenten Änderungen an den Zusatzfeldern erfolgen sollen, dann kann mit F2 Tabulatortaste zum Wechseln der Felder Eintragung der Werte F2 F2 zum Speichern Pfeil nach unten für das nächste Dokument wie der F2 dies relativ zügig erledigt werden. Denken Sie auch hier daran, dass durch Selektieren mit gedrückter Steuerungstaste mit der Shift-Taste für Bereiche oder mit Steuerung A für die gesamte Liste Änderungen an mehreren Dokumenten gleichzeitig möglich sind. Um ein Dokument in der Ansicht geöffnet zu halten, während Sie andere Dokumente suchen und bearbeiten, benutzen Sie die Alt-Taste und einen Doppelklick auf das Dokument. Sie haben auch bei diesen Dokumenten jederzeit den Zugriff auf alle Funktionen des DMS. Benutzen Sie den Doppelklick, um eine große Fensteransicht des Dokuments mit Werkzeugleiste zu erzeugen. Über die Taste F11 gelangen Sie bei jedem Dokument in den Vollbildmodus, welcher als maximale Darstellung zum Lesen konzipiert wurde. Alt F11 blendet zusätzlich die Notizen mit ein. Mit Escape verlassen Sie den Vollbildmodus wieder. Das Ziehen von Dokumenten aus der Bitfarm-Anwendung auf den Windows Explorer ist nun genauso möglich wie der umgekehrte Weg aus dem Explorer in das DMS. Verwenden Sie die Steuerungstaste, um von Windows kommend zwischen Kopieren und Verschieben umzuschalten. Aus dem Viewer heraus schalten Sie zwischen PDF und Originalformat um. Wenn Sie beim Verschieben eines Dokuments innerhalb des Archivs die Steuerungstaste gedrückt halten, erzeugen Sie einen Symbolic Link. Das bedeutet, dass das betreffende Dokument nun sowohl an seinem alten als auch an dem neuen Ablageort auffindbar ist und jeweils unterschiedlich verschlagwortet werden kann. Probieren Sie auch einmal die Tastenkombination STRG F zum schnellen Erreichen der universellen Suche. Mit STRG ALT F wird die universelle Suche über alle Dokumente durchgeführt. Der neue Viewer verfügt für einige Dokumententypen über eine Fundstellenmarkierung. Suchtreffer werden auf dem Dokument und in der Miniaturansicht mit einem Rahmen markiert. Benutzen Sie die Taste F3, um schnell zur nächsten Seite zu gelangen, auf der sich ein Suchtreffer befindet. So viel in aller Kürze zu einigen der neuen Möglichkeiten, die sich Ihnen als Anwender von Bitfarm Archiv bieten. Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen sowie eine komplette Übersicht aller Funktionstasten finden Sie auch im Benutzerhandbuch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Arbeiten mit Bitfarm Archiv Version 3.6. Vielen Dank. Vielen Dank.